wir wünschen wollen euch allen ein frohes fest wünschen dafür haben wir uns auf den wallberg begeben weil hier oben ist die sonne am 24 dezember möchten uns bedanken bei allen die uns abonniert haben unsere videos immer fleißig gucken ja es war ein schönes jahr tolles jahr mit ganz vielen eindrücken und ganz vielen erlebnissen die wir euch auch nahe gebracht haben ich denke ihr habt eine ganze menge gesehen wir werden zum jahresende noch einen rückblick machen ich überlege schon die ganze zeit wie und was das sein soll was da werden soll aber irgendwas wird mir noch einfallen das ist für uns jetzt noch mal hier so der krönende abschluss krönende abschluss erstens vom weihnachtsfest oder anfang des weihnachtsfestes ist ja noch nicht vorbei das weihnachtsfest und zweitens für das jahr wo wir aktiv das erste jahr wo wir aktiv auf youtube gearbeitet haben in diesem sinne freut euch auf viele weitere videos viele weitere eindrücke viele weitere erlebnisse und wir machen weiter nächstes jahr 2018 auch an alle youtuber kollegen die wir persönlich oder noch nicht persönlich kennen eine gute zeit viele tolle videos wir gucken eine ganze menge kanäle an und freuen uns an euren eindrücken ich hoffe ihr freut uns freut euch an unseren eindrücken genauso also in diesem sinne ein schönes weihnachtsfest wünschen wir euch daumen hoch und und Untertitelung des ZDF, 2020